Ich geh mit meiner Laterne und meine Laternen mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten da leuchten wir. Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rappimmel, rappammel, rappumm. Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rappimmel, rappammel, rappumm. Ich glaube, die Beliebtheit des heiligen Martin besteht sicherlich in seiner Überschreitung von Grenzen. Das Zerstören von Heiligtümern hat eigentlich nichts mit dem Militär zu tun, sondern das war heilige, unter Anführungszeichen, Aufgabe der Christen, die Dämonen zu vertreiben. Und die Christen haben ja die heidnischen Götter als Dämonen betrachtet, als böse Geister, als Teufeln. In der Lehre des frühen Christentums führt das Martyrium, die Selbstaufopferung für Christus, direkt zu Gott, direkt in den Himmel. Das ist im heutigen Islam ähnlich. Militär, mother! In der Lehre des frühen Christen! Drinszן